Was hältst du davon, dass das Kartell eine Quinoa-Fabrik für den Kokainschmuggel nutzt? Äh, gibt das Sinn? Drogenschmuggler haben das in der Vergangenheit schon oft gemacht, aber nicht in dem Maßstab. Hier kann das Kartell das Kokain in die Kisten packen, sobald sie vom Fließband rollen. Die Beutel werden luftdicht verschlossen und das Quinoa hilft, die Drogenhunde abzulenken. Ganz schön smart, wenn... Du mich fragst. Dann ist die Anlage ein legitimes Ziel. Vorwärts. Demnach kauft El Cerebro für seine Instruktion tonnenweise Militärelektronik im Ausland. Sieht so aus, als wäre erst vor ein paar Tagen eine Lieferung per Schiff gekommen. Meinst du, die sollten wir uns holen? Diese Ladung könnte eine Informationsgoldmine sein. Wir stehlen das Boot und bringen es Baum an. Die kann es dann von der Agency untersuchen lassen. Fuck, greife an. Granate fliegt. Die Datei scheint die Routen für die Chemie-Lieferungen zu enthalten. Damit sollten wir den Konvoi aufspüren und ausschalten können. Granate fliegt. Granate fliegt. Granate fliegt. Die Variante fliegt. Die Vehieren zu einem Was ist das? Ich werfe eine Blendgranate. Schicke eine Blendgranate. Scheißdreck, der verblinkt Kanate. Schicke eine Blendgranate. Schicke eine Blendgranate. Schicke eine Blendgranate. Ablenkungsgranate. Ich rufe die Rebellen zur Ablenkung. Der Apache will uns als Leder entdeckern. Der scheiß Apache will schießen. Runter! Ich rufe die Rebellen. Ich rufe die Rebellen. Ich rufe die Rebellen. Ich rufe die Rebellen. Der scheiß Apache, heiz die Rebellen. Runter! Ich rufe die Rebellen. Ich rufe die Rebellen. Ich rufe die Rebellen.